Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Hallo! Und wir sind heute wieder im Camp und haben ja letztes Mal hier diesen coolen Aussichtsturm gebaut. Ich würde mal sagen, wir gehen da nochmal hoch. Ja, der ist richtig nice. Der ist mega cool. So, da oben. Zack, nochmal eins. Der ist richtig, richtig gut geworden. Der ist mega nice geworden. Vor allem, wir haben so viel Holz tatsächlich auch durch die Motorsäge. Das ist so, so nice. Guck mal, wie weit man hier einfach über die ganze Insel schauen kann. Stimmt, man hat so eine gute Aussicht von hier oben. Oh, mega nice. Warte mal, sehen wir hier unser Camp? Ich glaube... Nee, das nicht. Ja, da sind zu viele Bäume im Weg, glaube ich. Ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen weiter oben, ein bisschen weiter unten. Das kann sein. Wir können ja ganz kurz mal in unser Camp gehen und gucken, dass da noch alles gut ist. Vor allem, ich habe noch einen Ofen. Wo kommt der denn her? Weiß nicht, vielleicht, weil wir haben nochmal Sand gemacht. Stimmt, ja, stimmt. Glas gemacht, stimmt, stimmt. Okay, okay. Dann zurück in unser Camp. Zacki, zack. Hoffentlich ist da noch alles in Ordnung. Ja. Tja. Aber sieht alles gut aus. Stimmt. So, hier, zack, nach unten. Das ist richtig, richtig cool hier. Was ist denn jetzt los? Hey. Ich fass. Ach, Mann. Hey. Lass das. Okay, sorry. So, warte mal, ich stelle den Ofen mal, ich stelle einfach nochmal hier hin. Ich habe echt viel Holz, merke ich gerade. Oh, wow. Ich habe richtig viel Holz im Turm eingelagert. Und wir haben so viele Schlangen hierher noch, die wir eigentlich nicht brauchen. Oh, stimmt. Okay, warte mal. Oh, ich habe echt viel Holz. Guck dir mal diese Kiste an. Stimmt, warte mal. Zack, ein Holz auch noch. Okay, und vor allem im Wachtturm ist ja noch richtig, richtig viel anderes Holz. Stimmt. Das ist echt cool. Ich habe so viel Zeug noch mit dabei. Warte, ich schmeiße es mal alles hier rein. Zack, 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 zack. So, das brauche ich alles gar nicht mehr. Oh, wir haben eine Angel. Warte mal. Ich kann noch eine machen. Wollen wir angeln, Key? Ja. Wir können zusammen angeln. Das wäre richtig cool. Okay, Moment. Ich mache mir noch eine. So, zack. Hast du genug Strings? Ja, ja. Guck mal, hier hast du eine. Oh, danke schön. Und ich habe auch eine. Oh, sehr nice. Okay, dann versuchen wir mal, oder? Ja. Warte, wollen wir runter zum Meer gehen? Ja, also ich glaube, hier in unserem See, ich... Das sind nicht viele Fischli. Nee, sieht nicht gut aus. Siehst du da ausgelöst? Nein, ich glaube, da ist nichts. Okay, dann ab zum Meer. Das ist richtig richtig cool. Pass auf, dass du... Oh, guck mal. Ja, wenn hier einer mal drüber geht. Nein, nein, nein. Oh, oh, oh. Okay, aber hier war noch keiner. Also, das ist wirklich relativ sicher tatsächlich. Ja. Bis jetzt kam hier keiner mehr. Also, ich glaube, ein paar Bärenfallen sind ausgelöst worden. Aber das kann ja auch immer mal wieder was anderes sein. Also, ein Tier, eine Fliege, keine Ahnung. Oh, da unten sehe ich schon Wasser, Kater. Aber ich würde das andere nehmen. Nicht, nicht hier den kleinen See. Nein, nein, nein. Nicht diese Pfütze. Oh, guck mal. Die gehen direkt ans Meer. Was ist das denn hier? Da ist ein Tiger oder so. Oh, hallo. Okay, ja. Da ist das Meer. Okay, nice. So. Das ist richtig gut. Oh. So. Warte mal. Was denn? Siehst du da hinten? Da bewegt sich einfach was. Stimmt. Sind das Tiere da hinten? Ja. Ist hier eine Schlange? Irgendwas habe ich gerade gehört. Die sind ja viel zu viele Tiere irgendwie. Warte mal. Wir versuchen erstmal unser Glück. Sind da? Siehst du da auf der Insel? Warte mal. Sind da Tiere? Aber wie kommen die denn da hin? Ich weiß es nicht. Ich meine, die sind doch nicht einfach drüber geschwommen, oder? Ich glaube, die können gar nicht schwimmen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht kommen die ja zu uns. Ich weiß nicht. Vielleicht sind die da gefangen auf dieser kleinen Inselkarte. Vielleicht kommen die nicht mehr weg. Aber am Ende sind die gefährlich. Ich habe ein bisschen Angst, wenn wir da jetzt hingehen. Aber guck mal. Oh, guck mal. Das ist ein kleiner Fuchs und ein Bär. Aber dass sie sich verstehen, hätte ich nicht gedacht. Die sind richtig süß aus. Komm Kater, wir gehen zu denen rüber, okay? Sicher? Ja, ich will unbedingt. Okay. Zack. Die sind bestimmt lieb. Die machen uns doch nichts, oder? Ich habe ein bisschen Angst vor dem Bären, um ehrlich zu sein. Weil wir hatten ja mal ein paar im Camp. Stimmt. Da waren die jetzt nicht so nett. Die waren echt böse. Aber ich glaube, der sieht relativ lieb aus, oder? Oh, ich weiß nicht. Wir schauen mal. Am Ende, zur Not gehen wir halt einfach wieder ins Wasser. Oh, guck mal. Hallo. Warte, wir bleiben erst mal ein bisschen in... Okay, okay. Oh, hi. Na? Oh, ich glaube, er hat auch Angst. Und wo ist der Bär? Oh, ich weiß es nicht. Wir machen nichts. Oh, Gott. Oh, oh. Aber denkst du, die sind lieb? Ich weiß... Ich glaube schon. Guck mal, die knabbern uns ja auch gar nicht alle. Oh, die haben Angst vor uns. Oh, das kann sein. Guck mal, guck mal. Oh, Gott. Ich will machen euch nichts. Oh, ich habe leider auch gar nichts dabei, was die essen könnten. Ich auch nicht. Katja, ich habe eine Idee. Wir könnten mal Fischlis angeln. Und das könnten wir denen geben. Stimmt. Vielleicht haben die da keine Angst mehr vor uns. Okay, warte mal. Wir gehen mal ein bisschen zum Sand. Ein bisschen weiter weg, dass sie auch noch sich wohlfühlen, sage ich mal. Und dann versuchen wir mal unser Glück mit der Angel. Und ich glaube, die sind hier wirklich auf der Insel gefangen, sage ich mal. Das kann echt sein. Und ich meine, die können hier nicht wegschwimmen. Wie würden wir denen dann helfen? Ich glaube, wir könnten so eine kleine Brücke für die Bauern aus Holz oder sowas, die so drüber laufen können. Stimmt. Oh, das ist aber anstrengend. Aber wir haben ja genug Holz, weswegen... Stimmt. Wir haben richtig viel Holz. Das können wir machen. Bei mir kommt kein Fischli an den Haken, Katja. Bei mir auch nicht. Och, Mann. Oh. Okay, Katja. Wer zuerst ein Fischli fängt, okay? Oh je. Okay, Moment. Ich gehe mal aufs andere Ding. Vielleicht ist er irgendwie ein bisschen... Okay, warte. Wir machen es gleichzeitig, okay? Okay, Moment. Ja. Auf die Plätze. Fertig. Fertig. Und los. Oh Gott. Ich will schnell eine Fischli fangen. Okay, mal schauen. Also bei mir ist noch nichts. Och, ich glaube, bei mir schon. Oh, hier kommt einer. Echt? Ich habe... Moment mal. Guck mal, was ich gefangen habe. Was denn? Eine Waterbottle. Was? What? Das war gar kein Fischli. Das war... Na gut. Och, Mann. Ich will eine Fischli fangen. Und bei dir ist, glaube ich, noch nichts, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich gehe mal woanders hin angeln. Okay, mach du das. So, aber guck mal, wer neben dir fast ist. Guck mal, wer da schwimmt. Ey, Fuchsi, was machst du denn? Aufpassen. Ich bin aber da an meinem Haken. Oh, ich habe nichts gefangen. Oh, ich fange hier auch gar nichts. Oh, oh. Wir brauchen unbedingt ein paar Fischlis für den Fuchs und für den Bär. Stimmt. Vielleicht gehen die dann so ein bisschen Vertrauensausbau. Ja, das kann sein. Bei mir fängt hier gar nichts an. Oh, oh. Oh, Katja, bei mir hat ein Fisch angebissen. Warte, echt? Guck mal. Ähm, wie viele hast du jetzt insgesamt? Ich habe drei Fischlis. Oh, ich habe gar keinen. Oh, warte mal, dann. Ich gebe dir einen, okay? Da kannst du vielleicht den Fuchs... Oh, guck mal, der Fuchs, der ist schon zutraulich. Hallo. Ja, aber der Bär ist noch ein bisschen misstrauisch. Warte, ich gebe dir mal einen Fisch, okay? Bitteschön. Der Fuchs will sich dir weg... Hat der Fuchs den Fisch weggeschnappt? Ja. Hey, Fuchs. Ach, Mann. Okay, warte, Katja, ich gebe dir noch einen Fisch. Okay. Du kannst vielleicht den Bär ein bisschen füttern, dass der keine Angst mehr vor uns hat. Okay, Moment, ich bin ganz sanft, ja? Okay. Okay, hallo, Bär. Der Fuchs hat dem Bär den Fisch gegeben. Warte, Bär, ich habe auch noch was für dich. Komm her, Bär. Guck mal, wir haben Fischlis für euch. Komm, der will nicht. Hallo, guck mal. Komm, komm, ich bin ganz lieb, wirklich. Guck mal, der Fuchs ist voll zutraulich. Der Fuchs hat nicht so viel Angst. Guck mal, Bär, hier. Guck mal, ein lecker Fisch für dich. Guck mal, bitteschön. Du magst doch Fischlis sicherlich, oder? Bitteschön. Oh. Guck mal, Katja, denkst du, wir können hier streicheln? Oh, ich weiß nicht. Komm, komm her. Komm. Komm, alles gut. Oh, ich kann hier streicheln. Oh, wie süß. Und den Fuchs auch. Hallo, Fuchs. Oh, und es wird schon wieder dunkel. Stimmt. Aber, Katja, wir müssen die beiden hier unbedingt retten von der Insel. Das stimmt. Warte, ich mache mal ein bisschen Holz. Ja. Weil, der Fuchs, der ist ja schon ein bisschen, der schwimmt hier einfach vor. Aber ich glaube, der Bär traut sich nicht ganz. Oh, oh, das kann sein. Okay, dann müssen wir unbedingt den Bär hier retten. Okay, dann würde ich sagen, guck mal, hier hast du ein bisschen Holz. Und wir bauen einfach eine Barrikade oder so eine kleine, naja, eine kleine Brücke da drüber, würde ich sagen, oder? Okay, ja, das können wir machen. Wollen wir die, wir machen die zwei breit, okay? Zwei? Ach, wir können auch drei. Oh, wir können auch drei. Okay, okay, dann machen wir das. Okay, der kann auf jeden Fall. Oh, ich hätte es so gemacht jetzt. Okay, perfekt, guck mal, so. Okay. Das ist perfekt. Zack, 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 rüber. Oh, bist du gleich schon drüben? Ja, und zack. Sehr gut. Okay, dann mach hier noch die Reihe. Du kannst ja von der einen Seite machen. Ja, perfekt. So, zack, zack, zack. Oh, das haben wir so schnell fertig dann. Ja. Aber wir müssen irgendwie noch den Bär, naja, da rüber locken. Vielleicht kann der Fuchs ja den ein bisschen überreden, sag ich mal. Das stimmt. Guck mal, wo läuft denn der Bär da hinten lang? Hey. Oh, ich weiß nicht. Guck mal, das ist ganz da hinten, glaube ich. Oh je. Komm, guck mal, wir haben Fischlis für dich. Komm, Bär, los. Komm, 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 komm. Da können wir uns schön über die Brücke locken. Ich glaube, ich habe auch eine Theorie. Oh, was denn? Nämlich, ich glaube, der Bär kann nicht rüber, aber ich glaube, die sind irgendwie ein bisschen befreundet. Weißt du, was ich meine? Das stimmt. Und deswegen ist der Fuchs nicht weg vom Bär. Ja, stimmt. Komm, Bär, wir machen nichts. Du kannst auch erst dem Fuchs folgen, wenn es dir lieber ist. Komm, Bär, vielleicht traut er sich auch nicht so ganz über die Brücke. Guck mal, die ist sicher. Die bricht nicht ein. Nee. Komm, du kannst einfach drüber laufen. Der will nicht. Los. Jetzt, guck mal. Er traut sich, Kater. Okay, sehr gut. Oh, wie cool. Okay, ich darf mal ein bisschen vor. Guck mal, Bär, hier liegt ein Fischli für dich. Und hier hinten am Ende lege ich auch ein Fischli für dich hin. Guck mal. Und zack. Bitte schön. Oh, guck mal. Er traut sich ganz langsam, Kater. Ja, aber das ist gut. Auch wenn er sich nur langsam traut, Hauptsache er traut sich. Das stimmt. Wie cool. Wir haben die beiden gerettet von der Insel. Richtig, richtig cool. Denkst du, die beiden wollen mit in unser Camp? Oh, das wäre so nice. Weil die sind ja schon lieb. Und vielleicht, wenn wir dann einen Bär da haben, kommen vielleicht auch keine anderen Christy-Bärs rein. Stimmt. Die beschützen uns ein bisschen, die beiden. Das kann schon sein. Okay, dann folgt uns mal. Passt auf. Oh, aufpassen, aufpassen. Nein, 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 nein. Oh nein. Oh Gott. Was kriegen wir denn raus? Warte. Oh Gott, ich, ich. Oh. Oh, so. Oh, sehr gut. Was war das denn? Oh nein. Erst in so eine Falle reingetreten. Oh nein. Oh oh. Geht sie gut? Oh nein. Ich glaube, der hat jetzt auch ein bisschen Angst. Oh oh. Oh nein. Nein. Ja, daran müssen wir die, glaube ich, einfach gewöhnen, dass hier halt so Sachen sind, an die sie sich verletzen könnten. Weißt du, was ich meinte? Stimmt, ja. Ja. Okay, dann müssen wir jetzt hier hoch. Ich glaube, das ist nicht mehr weit bis zum Camp, aber ich glaube, die beiden, die wollen ja mit in unser Camp, oder? Ich hoffe, aber Hauptsache... Ich hoffe schon, aber guck mal, der Fuchs, der folgt dir auch direkt und ja, der Bär ist auch hinter mir. Ja, der braucht ein bisschen länger. Oh ja, ich glaube auch. Das ist voll süß. Das ist richtig süß. Auf jeden Fall müssen wir die halt noch benennen, oder? Das wäre voll süß, wenn wir einen schönen Namen für die beiden hätten. Stimmt, die brauchen unbedingt noch einen Namen. Ja, am besten, wenn ihr eine Idee habt, schreibt es doch einfach mal in die Kommentare und dann haben wir am Ende vielleicht zwei Namensüße für die. Stimmt, das ist eine gute Idee. Okay, Leute, jetzt dürft ihr hier nicht reintreten. Ja, bitte nicht. Achtung. Hier ist es sehr gefährlich. Fuchs, nein, komm. Oh. Nee, nee, er hat die noch ausgelöst, aber... Okay, jetzt, Leute, kommt rein. Alle rein, kommt mit. Komm, Bär. Oh, ich glaube, der braucht echt lange. Ja, ich glaube, der traut sich auch nicht so ganz. Guck mal, Bär, wir haben ja lecker Fisch für dich. Bitte schön. Ja. Ah, guck mal. Ah, jetzt sind die beiden da. Aber Kater, wir müssten auch so eine Art, naja, Unterschlupf für die beiden bauen. Stimmt, vielleicht können wir ja hier irgendwie so eine kleine... Stimmt. Ich weiß nicht. So eine kleine, naja, Hütte oder sowas aus Holz wäre, glaube ich, ganz cool. Ja, das wäre echt süß. Oh, das wäre cool. Oh. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.